Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video hier bei Vipart Gaming und heute gibt es mal wieder ein weiteres Pack Opening. Das letzte Mal habe ich mich ja dagegen entschieden weitere Inform Sets aufzumachen und jetzt seht ihr hier das aktuelle Team der Woche und für dieses Team der Woche werde ich jetzt diese beiden Sets aufmachen, denn das sieht diesmal ein bisschen besser aus als das letzte Mal. Sind einige Spieler dabei, die ein bisschen was wert sind. Die Preise finden sich gerade erst so, denn die sind gerade erst in die Sets reingekommen. Wir schauen mal, also vor knapp 17 Minuten oder 16 Minuten wurde dieser De Bruyne gezogen, das ist der erste wahrscheinlich und dementsprechend sind die Preise bei vielen oder einigen Spielern noch ein bisschen höher. De Bruyne, klar, bei einer Million, als ob ich den ziehen würde. Dann haben wir noch Coutinho, sein zweiter Inform. Das ist besonders cool, weil ich habe ja den OTW untradable. Deswegen freut mich das sehr, dass er es dann jetzt auch mit einer verdienten Leistung geschafft hat. Salah als Stürmer, auch auf jeden Fall sehr, sehr nice. 92. Sancho jetzt hier noch. Das sind so die ganz großen Namen. Ein Theo Hernandez, der sieht auch sehr gut aus. 94 Tempo. Also da könnte ich auch mir gerade vorstellen, den zu spielen, aber dafür müsste ich mein Team ein bisschen umbauen. Wenn ich den irgendwie als rote Karte bekomme, wäre sehr cool. Das gibt es dann im zweiten Teil, weil ich habe ja auch wieder dieses Wochenende in die Weekend League gespielt. Ich habe es leider nur in Elite 2 geschafft mit 26 zu 4. Ich habe das letzte Spiel gegen ein komplettes Pay-to-Win-Team verloren. Es hat mich so geärgert. Unfassbar. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich an diesem Wochenende, also das letzte Wochenende, vier Spiele verloren habe. Das war sehr komisch. Nun gut, wir machen jetzt wie gesagt erstmal zwei Stück davon auf und das machen wir jetzt hier wirklich kurz und schmerzlos. Ich bin der Meinung, ganz ehrlich, ich habe diesmal einen Walkout dabei. Da bin ich irgendwie ganz sicher, dass das diesmal der Fall sein wird. Dass Team der Woche ist, finde ich echt gut, sind einige hochbewertete Spieler mit dabei und irgendwann hört das mal auf. Ich möchte auch nicht die ganze Zeit rumheulen. Das Feedback kam dann auch hier und da beim letzten Mal. Ich weiß, das letzte Mal war wirklich viel Gemecker mit dabei, aber ich habe einfach inzwischen einfach, ja, so eine Krawatte wegen den Rewards und das habt ihr auch. Das weiß ich, jeder hat das und ja, kann sein, dass jetzt hier wieder nichts mit dabei ist, aber irgendwann muss es einfach mal passieren. Ich weiß, man, das ist wie Lotterie, aber irgendwann zieht man auch mal doch mal einen Los mit einem Gewinn und nicht nur Songs. Ich glaube, heute ist es soweit. Das sagt mir einfach mein Gefühl. Das sagt mir einfach mein Gefühl. Ich weiß es nicht, wieso, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir haben jetzt, wow, das ist ja hier, das sehe ich gerade zum ersten Mal. Das ist bestimmt ein Walkout. Nein, ist es nicht. Gut, das ist nicht schlimm. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ich habe es gesehen, aber ich habe schon wieder nicht gecheckt, wer das jetzt eigentlich ist, den ich jetzt hier ziehe. Gosling, ja, habe ich, ich habe jetzt, das wusste ich gar nicht, dass es den gibt. Gosling, Ryan Gosling im Pack. Cool. Ich sage dazu nichts, das ist großartig, dass ich diese drei Spieler gezogen habe. Weiter geht es mit dem zweiten Dreier-Inform-Set. Das kann ja kaum besser laufen. Wie gesagt, danach gibt es dann im zweiten Teil nochmal Player-Picks. Und dann noch ein weiteres Inform-Set. Wenn nicht auch das totale Scheiße ist, dann werde ich das nämlich weiter nicht öffnen. Aber jetzt, also bitte. Ich sage nichts. Ich halte mich zurück. Ich halte mich zurück. Bitte. Einfach ein Walkoutchen. Wir haben ein Walkout. Walkout. England. Ich weiß es nicht, wer das ist. Warum Sancho? Ja, moin. Ich habe einen Spieler gezogen aus dem Dreier-Inform-Set. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich habe es gesagt. Ich habe es die ganze Zeit gesagt. Es geht doch. Ich glaube, also das ist, boah. Ich werde mir nochmal irgendwann meine ganzen Dreier-Inform-Sets anschauen. Und dann mal schauen, weil ich bin der Meinung, ich habe dieses Jahr wirklich noch keinen gezogen, der was wert ist. Und ich glaube, dahinter geht jetzt auch nicht mehr so viel. Aber wir haben Sancho. Da muss ich gleich mal nachschauen, wo der gerade steht, weil der ist ja mega gehypt. So, boah. Und dann kriege ich hier sogar einen doppelten Walkout mit Raul, Albion mit noch dabei und Campagna. Ja, Campagna. Da öffne ich gleich meinen Champagner. Sancho steht gerade bei 90.000 Münzen. Und das ist der Preis von vor 5 Minuten. Der wird sicherlich noch weiter gestiegen sein. Nein, wahrscheinlich nicht. Wir können mal kurz schauen. Wie kriege ich den dann am besten gefiltert? Wir können ja mal kurz gucken. Aber der ist eben gerade auch erst raufgekommen. Ach, der hat ja auch eine maximale Preis-Range von 95.000. Warum auch immer. Okay, also er wird irgendwie, ich weiß es nicht, für was ich ihn letztendlich verkaufe. Und dann noch Raul Albion, der ist wahrscheinlich schon auf Abstoß mehr oder weniger. Der wird, naja, deine 20.000, irgendwie 20.000 bis 25.000 bringen. Ja, ist ja kaum spielbar. Super interessante Stats-Verteilung mit 50 Tempo und 89 Def. 89 Def ist voll krank. Voll stark. Und dazu dann noch 74 Physis. Ganz, ganz komische Karte. Aber ich bin richtig gehypt. Und ich habe einen In-Form quasi, äh, was heißt, ich habe In-Form gezogen. Ich habe einen Walkout gezogen, sogar zwei in einem Pack. Der absolute Hammer. Wir sehen uns dann gleich im zweiten Teil. Ich melde mich zurück und wie angekündigt, habe ich jetzt hier nochmal Elite 2 Belohnungen. Bevor wir uns denen zuwenden, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja aktuell bei unserem Coaching ein kleines Weihnachtsangebot. Das heißt, für alle drei Level könnt ihr das Coaching günstiger buchen. Klickt jetzt einfach mal rechts oben drauf, da kommt ihr auf die Website. Dort findet ihr alle Informationen zum Coaching an sich und könnt es dort auch direkt buchen. So, jetzt geht es weiter. Und Elite 2, ich habe es schon gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich vier Niederlagen dieses Wochenende bekommen habe. Es war wirklich jede Niederlage eine Geschichte für sich. Und Atal ist ja aktuell der Foot-Messspieler oder einer der beiden, die man als SPC machen kann. Und das ist die erste, die ich auch abgeschlossen habe. Ich weiß ja nicht, könnt ihr mal gerne auch in die Kommentare schreiben. Welche ihr bis jetzt gemacht habt. Den habe ich jetzt eben gerade abgeschlossen. Weil er einfach mit 5 Sternen-Weekfoot und einem guten Allround-Werten in vielen Bereichen. Allround-Werte in vielen Bereichen. Wahnsinn. Sehr, sehr sinnig. Sehr, einen sehr guten Eindruck macht. Und ich habe ihn auch recht günstig bekommen. Ich hatte noch darüber nachgedacht, auch Cavani zu machen. Weil auch den hat man ja für das Rating her sehr günstig machen können. Und den kann man dann in der SPC auch wieder hauen. Naja, ich habe Atal jetzt als erste Foot-Messspieler gemacht. Vielleicht kommen ja noch ein paar weitere coole SPCs. Und jetzt haben wir die drei Player-Picks. Irgendwie schon recht viele Versprecher hier in dem ersten Teil drin. Und ich bin einfach guter Dinge, dass diesmal irgendwie ein guter, brauchbarer Spieler bei rumkommt. In dem Fall bekommt er ein guter SPC-Spieler rum. Mit Raoul Albiol. Eben auch schon gezogen. Jetzt als Player-Pick. Dann haben wir die nächsten guten SPC-Spieler. Le Comte. Oder Le Comte. Als 86er macht er eine SPC auch schön günstig. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier nicht irgendwie einen richtigen Kracher bekomme, der spielbar ist. Dann gib mir ruhig einen Low-Rated-Spieler. Den baue ich nämlich sehr gerne dann auch in die Foot-Champions-Upgrade-SPC rein. Bei den beiden, da denke ich eher nämlich, dass sie in einer normalen SPC landen werden. Und so ein 81er, da habe ich echt gar keine Probleme mit. Aber gut, vielleicht haben wir jetzt noch eine große Chance. Ja, ich sage dazu gar nichts. Wir haben einen 82er Boja Valero. Und ich kann mal kurz schauen. Ich habe nämlich gerade, das fällt mir gerade ein, ein Team gebaut. Das hatte ich nämlich auf Twitter gepostet. Und dann gucke ich mal ganz kurz, wie es jetzt gerade ausschaut, ob ich die Upgrade-SPC machen kann. Das sollte eigentlich irgendwo hier sein. Habe ich das schon gelöscht? Ah ja, ich habe es bei Dreamcross, weil ich ja jetzt zwei Spiele eingetauscht habe. Das sind meine Player-Picks. So, ich kann noch mal ganz kurz hier spezial machen und untauschbar. Dann kann ich noch die drei einfügen. Und ich habe schon ein paar auch in anderen SPCs eingetauscht. Aber ich habe ansonsten, ja, also das waren natürlich dann keine brauchbaren Spiele. Den Aranguis, den habe ich jetzt bei Attal dann verwendet. Kann man hier entfernen. Und das sind meine Player-Picks, die ich bis jetzt bekommen habe. Ja, also Lewandowski kann man als Sub bringen. Und auch so einen Bergwein oder Promis als Sub. Terriers habe ich in Upgrade-SPC bekommen. Das sind jetzt elf Weekend-Leaks, zehnmal Elite-Rang. Also das heißt, zehnmal, drei, mal fünf Spieler zur Auswahl gehabt. Und dann einmal sogar auch Top 100. Hier noch ein Ducoré auf der Ersatzbank. Und so, wir hätten jetzt hier ohne Probleme, wenn ich jetzt nicht zu High-Rated-Spieler einbauen möchte, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, acht Spieler, die ich ohne Probleme wegtauschen würde. Ich denke, ich warte einfach nochmal, weil die etwas High-Rated-Spieler, die nehme ich dann lieber für, wie gesagt, normale SPCs, anstatt da jetzt auf Krampf die Upgrade-SPC zu machen. Und jetzt mache ich hier einfach noch das letzte Dreier-Inform-Set auf. Die anderen Sets, die spare ich gerade. Gibt jetzt dann auch Gerüchte, dass die nächste Road-to-Final-Promo startet. Ich möchte eigentlich auch noch schon vor allem fürs Team of the Year sparen. Mal schauen, was ich dann zusammenbekomme bis Mitte Januar. Wir machen jetzt das letzte Dreier-Inform-Set auf. Und ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe jetzt gar keine Hoffnung mehr. Ich lasse mich positiv überraschen. Wir bekommen einen Walkout. Einfach Belgien. Spanien. Ach, ich habe schon wieder... Der Raúl Albiol, der verfolgt mich heute. Das ist... Ist okay, ne? 85er. Immerhin mal zwei Walkouts gehabt. Dazu noch Paredes und El Arabi. Aber einfach mal wieder Walkouts aus diesen Sets gehabt. Mit Sancho und jetzt Raúl Albiol. Zweimal gezogen. Es geht aufwärts. So muss man es sehen. Und das ist schon... Das sagt einfach schon viel auch über die Belohnungen aus. Das war es jetzt von meiner Stelle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn das verfall war, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, beim nächsten Video. Bis dahin. Haltet eurem Kasten sauber. Euer Tess. 3 rauf. 3 rauf. 4 rauf. 4 rauf. 16 rauf.